Ja, huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Ich habe jetzt die Sache hier mit dem guten Aaron geklärt. Das ist irgendwie anscheinend wirklich ein Bug, weil er gedacht hat, dass dann die Sachen in diesem Rucksack noch drin sind, obwohl sie schon draußen waren. Ja, und ich habe Astarion aufgelevelt. Hab ihn hier zum Jeep-Schurken gemacht. Jetzt wirkt ja natürlich irgendwie, warum macht man den nicht zum Assassinen? Ähm, ich möchte den mal auf Deep probieren, weil der extra Bonus-Aktion kommt, der Deep. Und ich finde die Bonus-Aktion eigentlich ziemlich cool. Ist das Blut? Nein, nein, nein. Das sieht aus wie ein schöner kleinen Ort. Der Sinn der zwei zwei an der Seite. Ja, ja. Ich muss weitergehen. So, jetzt gehen wir mal mal hier runter. Hier gibt es nämlich gleich auch noch einen Schmied. Und da gucken wir auch noch mal, was der für Zeug hat. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Knete. Aber vielleicht lässt sich ja was machen. Hier ist ein Schmied. Und wir haben hier in jedem Fall Interesse an diesem Schild. Und die Streitachse ist besser als unsere. 1D12 plus 4 Schaden. Aber auch der macht 2W6 plus 4 Schaden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist besser, 2W6 plus 4 oder 1W12 plus 4? Naja, man kann ja keine 1 Würfeln mit 2W6 ne? Außerdem gibt es hier die Möglichkeit extra noch Wuchtschaden auszuteilen, obwohl man nicht trifft. Man kann hier den Gegner benommen machen und ihn auf den Boden schmeißen quasi. Während wir hier bei der Axt natürlich dieses Bluten haben könnten. Und hier die extra Schaden, wenn wir Bewegungsreichweite reduzieren. Ja, ist jetzt halt irgendwie dies, das Ananas. Günstiger ist der Hammer. Deswegen packen wir den mal drauf. Uns fehlen 22 Gold. Wie viel kostet denn das, wenn ich die Axte kaufe? Dann könnte es passen. Dann haben wir noch 3 Gold über. Dann läuft unser guter Koalibaba mit dem Hammer herum. So, Hammer. So, und das Schild. Hier kommt ein Schild. Hier kommt ein Schild. Ich kommt bis zum Tinsmysmys, bevor Elterell fällt. Ich bin jetzt noch mehr... ...Eclectic. Ich bewerbd vieles in meinem Zeitpunkt in der Hellen. Hoge zu vergessen. Aber zwischen je und ich, ...ich gibt es nichts in all die Regeln wie dieuciheit von Infernal Machinie. Zudem, meine Angelegenheiten sind noch mehr Humbold. die stadt traurig trommel sie brauchen müssen und waffen finde ich ja gut wir sind jetzt am anfang unserer ausrüstung ist das künftes nieder sind jetzt mal irgendwie ein haben Und dann schüttet man. Alles gut. Schau. Geh mal. Gähne. Oh, Gott, Gott. Gott, Gott. Gott, Gott, Gott. Gott, Gott, Gott. Gott, Gott. Nehmen wir doch direkt mal hier die Kartoffeln und die Blut drauf. Und das Obst. Mehr für ein Buch. Schlafsack. Und auch ein Monst. Schon hätten wir gleich wieder ein bisschen Kniesel. Schlafsack. Rucksack. Auch den nehmen wir mit. Gold drin also und wir werden hier versorgt. Das hier ist übrigens Romas Votes und ist das nicht so geil wenn wir das mitnehmen. Weil geklaut ist. Aber wir gucken jetzt mal ob wir uns hier noch unseren Charisma Charakter holen können. Und den Will. Ich kann das nicht machen. Ich bin nicht wie du. Umi. Ich brauche dich nicht wie ich. Du musst einfach genug Zeit nehmen. Komm schon. Ich glaube in dir. Du kannst das machen. Du kannst das machen. Du bist auf den richtigen Weg, Umi. Komm schon jetzt. Practice was du gelernt hast. Du bist gut. Du bist. 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 Hör dich. Du bist. Du bist. Du kannst so. Du musst dir cualitieren, falls du dich mit einer Partner. Einmal wenn aber Zeit kommt und nennt die Blade. Du stöpst nicht zu lange. Ein guter Plan. Also ich habe jetzt das Problem, dass wir keinen Partyface haben. Der beste von uns im Charisma ist ihr hier, ist Gale. Und wenn wir ihn noch ein bisschen umskillen, kriegen wir das Charisma sogar noch ein bisschen hoch. Einfach damit er ein bisschen mehr da kann. Auch wenn ihm das sonst nicht so was bringt. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, dass wir dann mit dem Magier als Face da weitergehen. Er wird es nicht können, sie wird es nicht können. Bei ihm, er hat andere Aufgaben, also bleibt eigentlich nur Geld. Dafür müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Konstitution opfern. Aber in irgendeinem Tod müssen wir ja sterben. Wenn wir das nächste Mal im Lager sind, gucken wir da mal. Weil ich möchte halt ungern auch hier den Lange Schritte Zauber verlieren und der Will ist ein Hexenmeister, der hat ihn nicht. Das ist ein Hexenmeister. Das ist ein Hexenmeister. Das ist ein Hexenmeister, nicht ein Hexenmeister. Du musst dich wegziehen, während du kannst. Das ist kein Hexenmeister. Pfff, ein Arcanapudur? Ich bin ein Dreiid oder zwei, ich glaube. Aber die Neuigkeit bleibt. Ich glaube, ich habe das gemacht. Ja... Ich hatte ein ganzes Leben in El Toro. Ich habe eine Karte, ich habe eine Karte, etc. Ich bin ein Settler. Schauen wir mal. Vielleicht gucken wir einen guten Rücken. Ja. Was ist weg. Diese Kreature ist nicht so, was es so ist. Nein. Du bist... ...unfähig. Jetzt haben wir natürlich schon wieder hier. Charisma, Charisma, Charisma. Das können wir auch nicht. Einschüchtern können wir, glaube ich, noch am besten. Ja. Ja. Ich habe das nicht gesagt. Ich werde jetzt in Boulders Gate. Mit oder ohne den Rest von den Kurven. Ich werde das nicht sagen. Das ist alles, was ich sagen muss. Und ich wirklich veux, das. Ich meine meine, das ist wirklich. Müh. Die Müh. Und ich meine meine Strecke. Sie haben da gesagt, die Müh. Sie haben mir gesagt, dass ich mich nicht verletzt. Das ist ein Individuum. Strange. Wie geht es? können die was das rettungswürfe stärke plus 1 und das sind mittlere rüstung durften wir tragen alles klar so wo ist unser flicken sack rucksack in dem wir jetzt alles rein stopfen wieder wasser schicken wir mal ans lager den schicken wir mal an astarium und wo habe ich noch nie ich habe keine Geld oder nichts zu verwerfen mein Partner macht das Ja. Um. I'm the guard? So don't steal anything. I'm watching you. Mh-hm. Hold out your hand, mister. Let me show you something. Go on, take this ring. It's lucky. OK. Okay. Tja, was hat er denn hier? Vorbilder? Ring der totalen Unsichtbarkeit. Ring der unbegrenzten Wünsche. Diebeswerkzeug. Aber wir haben eh kein Kelt. Wir könnten ihm aber den Rucksack verticken. So. Diesmal geht's hier, ne? Jetzt kostet er nur 3 zum zurückkaufen. Und das hat er wieder nicht gemacht. Okay, den Backen müssen wir uns merken, dass das irgendwie sehr schmerzhaft ist. Du hast etwas gekauft. Ja, ich lasse es jetzt mal. Most everybody says it looks like junk and moves on. Oh, you have. You definitely have. Anyway, see you again sometime. Take care. Safe travels. You realize your bag feels light. You were just robbed. Hm. Was zur Hölle hat der denn geklaut? Drei Gold? Ja, gut soll er haben. Das ist okay. Ich hab eh nix. Einem armen Mann kann man nichts aus der Tasche holen. Und einem armen Genom auch nicht. Ich hab das. Ich hab die Frau. Ich hab die Frau. Sie ist ein Segen von der Schrauben. Sie ist ein Segen von der Schrauben. Und du wirst warten für die Korger. Jetzt zurück. Ich hab mich durch, Rackrashabber. Ich werde dich dein Dramat aus. Das war beeindruckend. Das war's für die Gäuble. Keck back, force my hand, and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You, apparently Corga wants to see you. Go ahead. Nope, back to her. Giona! No. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came, you saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Yeah. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, but remember nothing useful about goblins' social order or behavior. Alle... irgendwie alle gewonnen. Goblins struck fear and awe in the heart of wilting witness. And the dragon, they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Eh, there was no drach. Witnesses failed to notice the obvious dragon. What? Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Eh, I don't know. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports, they've abandoned their god, Maglobiot, in favor of someone called the absolute. Ah-ha. 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 Ah, but his superstition all. These goblins are informed by a kind of strategy, anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. Ah-ha. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to do it all. Yes, if you... Eh... What would you like about this witness? My goblins, obviously. Well, someone ought to chronicle these curious events. I'd heard the master of this place, a druid called Halson, might be able to point me in the right direction. But... He's been quite captured by them already. I don't know really. No. Never you mind. Who needs mercy when you've a quick tongue, hm? And an invisibility potion stashed in your back pocket. Okay. Until we meet again. Macht Sinn? Mhm. So, and here are the... ... over there, the Sylvanus-Idol. What have you heard? The Sylvanus-figur. But we're going to first here, first here... ... inside. Keep their comforts, if you insist. I'll give you nothing. Okay. Let's see what's happening in the next place. Oh, you're so so... ... 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 a bath with... ... eichhörnchen. It hurts! It hurts! It hurts! Was? Please! Make it stop! Can't you hear it? Her singing. It's awful. Terrible. Okay. Nooo! You're killing us! My head is melting! I'm leaving before the damage is permanent! Nooo! Also, the eichhörnchen. Is it not so crom. Ich bin mal ehrlich. Dann fragst du einen Barbaren, ob er dir helfen kann. Warum jetzt? Kann ich helfen? Ich habe eine weitere Lüte, wenn du möchtest. Meine Lehrerin, Lihala. Sie liebte zu tanzen. Meine zwei lefte feet mined. Ich erinnere mich eine Nacht auf der Straße und sie sehen. Sie sehen, sie zu den Stimmen. Ein großer Lüte auf der Haut. Ich denke, jetzt meine Herz schmerzt. Meine Worte schmerzt. Meine Worte sind einfach zu schmerzen. Wie wie eine Ache. Warte. Worte meiner Worte werden als Ache. Das ist perfekt. Worte meiner Worte werden als Ache. Sie werden als Ache. Wenn du die letzte Lüte aufhören. Ja! 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 Ich habe mich ein paar Worte. Ich habe mich ein paar Worte. Das ist perfekt. Ich habe mich ein paar Worte. Warum? Sie werden ein paar Worte. Also. Sie werden im Sauerstes geöffnet. Oh, remind me of your grace Oh, the love I can't repay Rest and note it, I will pray Farewell, my dear old friend Oh, remind me of your grace Faith, care Oh, the love I can't repay Oh, son Oh, remind me of your grace Faith, care Oh, the love I can't repay I have a question I have a question Dance upon the stars tonight Smile and pain will fade away Words of mine will turn to ash When you call the last light down Moon reminds me of your grace Oh, the love I can't repay Rest and note it, I will pray Farewell, my dear old friend Dance upon the stars tonight Smile and pain will fade away I'm sorry I have a question I have a question Where do you get the whole other instruments from the song? Why did you play the sound? Why did you play the sound? And how did you play the sound with your fingers? But it was a nice song Thanks That's the first time I played since Lee Harlothide My teacher She was playing her lute We didn't hear the gnolls coming There was so much blood I can still smell it Oh Lihala said that's where eulogies were important They were for the living As well as the dead I'd forgotten what it was like That itch to perfect a song The weeping dawn will be my gift to Lihala Of a long way to go But thank you I... I needed this On the stars tonight Smile and pain will fade away Words of mine will turn to wash When you pour the lost light down In the moon's sun Oh, remind me of your grace Kappe der Heilung. Selbst wenn du ein badischer Inspiration inspirierst, hältst du eher außerdem ein Bissens-Treffekt. Aber wir haben gar keinen Baden. Nehmen wir aber trotzdem mit. Wir schicken uns ans Lager, falls wir irgendwann mal auf die Idee kommen irgendjemanden zum Baden zu skillen. Wäre das doch ein super Gegenstand. Soooo. Was gibt's denn sonst noch von tollen Sachen? Noch mehr Sing-Sang. Schick ist das? Singing? Interesse über den Strand. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ähm. Ähm. Und dann. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Wauw! Meine Hör! Wauw! Warum bin ich weh? Wauw! 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 Autsch! Autsch! Wauw! Wauw! So, er hat dem Lied widerstanden. Das ist doch schon mal ganz gut. Ähm... Wauw! 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 So, so kann jetzt wieder. Und wir haben ja hier... Stille, ne? Zack. Oh, jetzt. Ah, jetzt sind die das, wie es ist doch zum Mäuse merken. Und ich dachte, ich hätte jetzt hier... Super... Ding gemacht hier. Ja, wirklich so sein Griff. Klasse. Zack. Direkt weiter hier. Noch lebt sie mit zwei Lebenspunkten. Und Gale ist hin. Ah, super, Gale. Mhm. Prima. Ist der gerade gewone-hitted worden, kann das sein? Moment, wo ist es, wo ist es, wo ist es ganz unten? Hm. Todesrettungsruhe. Todesruhe. Sterbend durch Harp hier würde mit... Ne, da musste vorher schon was verloren haben. Hm. Dann wollen wir dann erstmal wieder zurück. So. Dann wollen wir hier alle ein bisschen, äh... Neuen Heilungen. Tududududu. Hm. Ähm. Heile alle Verbündungen. Höhere Treffepunkt. Maximum fünf Trefferpunkte. Zack. Ähm. So, der ist nicht mehr verlockt. Ähm. Zwei Schaben für die. Ist schon mal prima. So, und die da... Wir haben es jetzt auch noch um... Das war gut. Hm. Hm. Du bist mal... So. Und zack. Ha. So. Und direkt weiter zur nächsten. Das eine ist noch da, ne? So. Gail ist wieder am Start. Das war hier... Halt rein trinken. Und dann kannst du nichts mehr machen. Weil du bist gerade von dem Token wieder auferstanden quasi. Ähm. Hier haben wir auch alle Spellslocked schon verbraucht. Schön das Lied unterbrochen. Perfekt gemacht. So, ein Astarion. Okay. Man kann jetzt nochmal zuschlagen. Nicht genügend Ressourcen drauf. Komm. Hier. Fehlschlag. Schade, schade. Jetzt kann er nämlich dreimal zuschlagen. Weil er die extra Bonusaktion hat. Und hier dieser Nahkampfangriff und der Zweitwaffe, äh... Bonusaktion. So. Ja. Gib hier. Das lief doch ganz gut. Ähm, sie sind weg. Alles in Ordnung. Ja. 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 Ich meine... Ich weiß nicht. Ähm... Du bist in Sicherheit. Ähm... Du bist in Sicherheit. Ja. 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 So. Harpchen looten macht Spaß. Aha. Bleibt nichts dabei haben. Prima. So. Ich würde aber sagen, für den heutigen Folge heicht's das. Und beim nächsten Mal hören wir uns an, was der Gale uns zu sagen hat. Mit seinen nassen Füßen. Mit seinen nassen Füßen. Bis dann. Ciao. Ja. Ja. Ja.